Ja hallo, es ist gerade mal für mich eine halbe minisekunde vergangen wir waren hier auf einer fliegenden depostation mit toller verteidigungsanlage wie man sieht denn verteidigungsanlage ich glaube das kann man so sagen denn die türme die hängen alle nicht unterhalb der Decke? ich meine da kann man einfach von unten angreifen die ganze zeit halt ich glaube ich wollte als nächstes dahin oder dahin keine ahnung eine halbe sekunde ist eine lange zeit woher wollte ich denn hören sie einen sender auf dem dach der kommunikationszentrale aber was ist die kommunikationszentrale hier? das mit einer riesigen antenne glaube ich wenn es eine riesige antenne hat das da vielleicht oder das da ja ich glaube das sind einfach nur die ports das da ist vielleicht die kommunikationszahl lauter keine ahnung das da was geht hier vor? nix oh gut die schuze nicht in engen in engem Raum au au what? oh gut zu wissen und da war das diese kontrolle ich hätte etwas speichern sollen dammit jetzt darf ich das noch mal von vorne machen scheiben na gut schnell durchlaufen ich glaube ich war dort hinten irgendwo oder da hinten war jemand nein oh wow ja 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 ich trau mich nicht noch mehr ran wow ok so ich geh mal mit der schutzplinte in Fürstbrust lol was alter wie schreit die Fliechen wie cool ey das ist ja voll lustig cool lustig so speichern laden um meinen Himmel nein speichern ja mhm look at that ass ok Schluss mit achja pen service da hinten war ich doch nicht k hoch scheinbar ist jemand an einem Arbeitsunfall gestorben weil er runtergefallen ist äh ich muss da hin glaube ich wo ey ich muss da hin glaube ich aaaah ein headshot kann ich vergessen dahin darf ich nicht hä ok ich geh mal erstmal nach unten das Gras oh nein ist das nicht verbauten so ganz ehrlich verbauten so ganz ehrlich was erfahrst du kann keine ahnung vielen Dank vielen Dank Jujib so so bei äh bei kann ich eigentlich nicht wait cool voll cool da gibt's nix nein gut dass man damit so viel Muni hat ist akk akk dankeschön lol geh da schnell runter heilige boah Hilfe wer baut so ein ding vor allem was gibt's hier unten was man hier runter kann keine ahnung aah au Ah ja, ich hab hier noch das Ding, ne? Der Hulk wütend! Genau! Schutzschild und mit Schotfilter! Oh, das war's! Vielleicht sollte ich die Fischkatt einfach mal etwas einsetzen, das muss ja die... ...weil so... ...mammamia! Das war eine Falle! Ha! Alter! Ach, da oben ist der Klamm! Wie ist das? Das war eine Falle! Okay, ist das wieder eine Falle? Nein! Oh! Nein! Was ist das? Oh! Schottgang Muni, wie cool! Geht's noch weiter runter? Nein! Eigentlich schon, aber lieber nein, da runter geh ich jetzt nicht bald! Strom, Strom, Aua, Aua! Äh... Wenigstens ne Klaaschein, vielleicht jemand drauf bauen können! Mann! Das stürzt man doch, wenn man runterfällt draußen! Äh... Niemand? Niemand? Heil... Heil... Heil! Heil! Hilfe! Mama mia! Ich bin ja fast dort! Pfff! Ei! Caramba! Ah! Hilfe! Entschuldigung! Ich werde niemanden erschrecken, falls ich hiermiten erschrocken habe! Eieieiei! Was? Ah! Und wo? Hä? 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 Was? Ach wie geil! Oh, ist dein Bruder gefallen! Oh man! Ah! Dann halt! Aber dann gibt es die Muni! Ah, die Nase lügt schon wieder! Nein! Hilfe! Was ist das? Ah! Oh! 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 Das ist kaputt! Nicht! Nicht! Nein! Oh! Doch! Ich kann! Ah! Dahin musste ich! Oh! Was ist das denn? Wenn ich rechts schaue? Wenn ich rechts schaue? Okay! Schnellschuss! Langsamer Schuss! Langsamer Schuss! LOL! Okay! Dafür brauche ich spezielle Muni! Ich habe mich schon gewundert! Das habe ich schon für Muni bekommen! Okay! Hier! Das Ding! Das ist Raketen Muni! Raketen? Okay! Okay! Halt! Speichere ich! Da geht es tief runter! Speicher nicht laden! Um Himmels Willen! Geil! Ach! Ach! Das ist ein wenig Schuss! Ja! Das ist ein wenig Schuss! In der Nähe! Ich stehe mich jetzt mal um! Hilfe! Ey, wenn jetzt hier so ein Typ kommt mit Raketen-Jetpack, alter! Wie konnte ich mich knicken? So, hier. Ist das was besser? Nein, ich bleibe lieber so hier. Hilfe! So! Ne, ich blöde die von mir. Da ist ein Dach, auf dem Dach ist was, glaube ich. Das ist ein Dach. Kann man? Kann ich da drauf? Warte mal! Warte mal! Ich speichere nochmal. Ist das hier ein Secret? Ja! Wie cool! Ja, und jetzt muss ich von vorne anfangen. Ich speichere nochmal. Ich muss mich raten, noch ein Secret. Hoch! Nein! Hoch! Was ist das hier? Nein! Ich bleibe dich stehen! Ah, ich muss hier hin. Er holt 3 Steke und es war's. Ah, ich muss hier hin. Okay Und das? Das ist das da? Ahhh Alles klar Starte einen weiteren Anflug Ich weiß nicht endlich sinnvoller, als die Cardone irgendwie aufzuschalten Die Rennfolge ist mir echt LOL Ach, jetzt kommt er auch auf die Idee Was war das denn vorhin? Da hat ja jemand geschrieben Alter Und vielleicht irgendwas, keine Ahnung, aufeinander geschoben Alter Oh Hoch Okay, da waren wir nah am Ende, wie es scheint Oh, wie cool, ich kann hoch springen Oh, wie cool Das war echt voll cool Das war echt voll cool Jetzt muss ich dann runter, ne? Okay, ich speichere nochmal Weil ich nicht gerne runterfliege Und wenn, dann nur wenn ich Manövrieren darf Gut Oh, Moment Das war guck Ich mache mich zu Wicke Ich gehe das 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 Alles klar Ist das Wicke Dramatoren Dramatoren Lampen Alter, die Tür hat mich fast erschlagen. Ging's da runter, runter? Nun, ich glaube, das ist das einzige... Das einzige Ding, was da runter, runter geht. Da runter, runter... Oh, ein paar Spätelefanten, okay. Ich sollte nicht so leise reden, sonst versteht man mich ja noch nicht. Ja, das ist... Oh, Moment, ich habe eine Idee. Headshot! Ha, cool. Ich werde weiter treffen. Voll cool. Habe ich von meinem S? War ich da noch nicht? Ja, das ist so. Keine Ahnung. Vielleicht sind die nur wieder gespawnt. Kann auch sein. Ich schwöre, das war nicht mit Absicht. Ich wollte eigentlich absichtlich runterspringen und nicht aus Versehen runterfallen. Oh, Hilfe. Es ist so viel Schleife. Wenn sie einer verkauft hat. Stopp! Entschuldigung, was wolltest du sagen? Du hast mich erschreckt, Junge? Stopp! Boah! Gibt es noch jemanden, da will ich dich erschrecken? Nein! Gut für euch! Alter! Ich habe echt keine Ahnung, was er sagen wollte! Oh! Das war die kleine Unterbrechung! Ich habe vergessen, was ich sagen wollte! Also gehen wir einfach weiter runter! Weiter! Schnell! Ah genau! Was ist hier? Nichts! Okay! Das machst du gut, Jayden! Ja, schön! Danke! Ha! Siehste! Das geschützt oben rein! Quante Grade! Fall an! Schön! Da rein! Nein! Seltsam! Ja! Soll ich mich heilen? Nein! Sehr gut! Ich speichere nochmal! Ich erwarte eine Palle! Ich erwarte eine Palle! Schild habe ich die aktiviert! Schild habe ich die aktiviert! Aber Alter! Es ist ja mal voll cool, dass ich eine neue Knarre bekommen habe! Das ist nicht wirklich eine Knarre, das ist ein Raketenwerfer! Aber... Ey! Immerhin! Voll cool! Da hin! Hui! Da bin ich doch schneller! Da kommt das mir nur so vor! Halt, wütend! Da hin! Nein! 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 Ganz zu, du! Ja, natürlich bombardiert das Ding, während ich noch drinnen bin. Oh. Verstanden, General. Es wird halt wie die Shotgun. Kontrollpunkt? Sehr gut, da speichere ich auch noch. Gut. Reicht mit der Mucke? Das ist das falsche Spiel. Das ist das falsche Spiel. Ich sehe dich nicht. Ich sehe ihn nicht. Ach, weißt du was? Oh nein, ich frage mich nur wo der Feind ist. Ah, das ist das. Oh. Oh nein. Oh nein. hey du willst mich doch veräppeln Na also geht doch, nächstes mal nebe ich den Raketenlaster Na ich geh lieber dahinter fest in dir Mann 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 ja genau, ball auf die Bombe am besten Hilfe Heilige Matroschka das war verdammt knapp das war verdammt zu knapp das war verdammt nächstes mal nehme ich die Blitze boah als ob was alter, drei Raketen nicht mehr oh, ok warum gehe ich nicht da lang weil es da lang nicht weiter geht genau, ah ja, ich glaube, das mache ich dann doch lieber in der nächsten Folge es wird langsam es wird langsam zu lange dauern bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal